Grüß euch! Heute zeigen wir euch, wie wir die Flammenfront bei der bevorstehenden Waldbrandsaison richtig bekämpfen und warum wir unsere bisher bekannten Strahlhohrdeckungsbreiten hier meist vergessen können. Seid also gespannt! Wir danken unserem Sponsor für die freundliche Unterstützung. Ich glaube, ich brauche keinem von euch erzählen, dass beim Waldbrand Wasserspann angesagt ist, da wir das Wasser oft sehr aufwendig bis zum Brandplatz transportieren müssen. Unser heutiger Tipp Unsere sonst üblichen Deckungsbreiten eines Sehstrahlhohres von 10 bis 15 Meter bei einem statischen Brandobjekt können wir bei einem Wald- oder Flächenbrand daher also beiseite legen. Bei einem Waldbrand muss unser Strahlhohrführer und seine Gehilfen sehr flexibel und beweglich sein, da bei Boden vor einem Wald oder bei einem Flächenbrand von einer Deckungsbreite von 60 Meter je Sehstrahlhohr ausgegangen wird. Für unsere Flammenfront bedeutet dies, dass wir nach jeweils drei P-Schläuchen einen Verteiler setzen und mit jeweils circa drei C-Schläuchen die Brandbekämpfung durchführen. Wie gesagt, müssen Strahlhohrführer und seine Gehilfen, die eine Schlauchhand haben, sehr rasch und beweglich handeln. Somit können wir je Sehstrahlhohr, also mit etwa 100 Litern pro Minute, circa 60 Meter Deckungsbreite erzielen. In Deutschland werden anstatt C-Schläuche meist auch D-Schläuche eingesetzt, die einen noch flexibleren Einsatz ermöglichen. Doch was sollen wir machen, wenn auf einmal aus einem Bodenfeuer im Wald ein Vollbrand- bzw. Wippelfeuer wird? Ganz einfach, und zwar schließen wir beim Verteiler jeweils eine zusätzliche Löschleitung an und halbieren somit die Deckungsbreite auf circa 30 Meter. Damit ist jetzt eine effektive Brandbekämpfung möglich. Sollten die 100 Liter pro Minute je Strahlhohr nicht mehr ausreichen, kann der Durchfluss auch erhöht werden. Klarerweise müssen wir dann auch mehr Löschwasser zum Brandplatz transportieren. Weitere Infos hierzu findest du im kostenlosen Ausbildungsvideo der Android-App Firefighter-Kelb-Tool. Den Link hierzu findest du hier unten. Wir freuen uns auch, wenn du unsere Tipps auf Facebook teilst. Wir möchten genau dir die Möglichkeit geben, aktiv bei Feuerwehrtipps mitzuwirken. Wir möchten euch dann gerne laufen zu verschiedenen Themenbereichen befragen. Nutzt diese tolle Möglichkeit, auch wenn du von einer kleinen Feuerwehr bist. Hier unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum Mitwirken. In der nächsten Episode zeigen wir euch die praktischen Erfahrungswerte der Berufsvorwehr Glasgow in Schottland. Ihr werdet genauso wie ich beeindruckt sein. Seid also gespannt. Wir sehen uns.